Wir haben nun schon zum dritten Mal unseren Finca-Urlaub über Finca Yorker gesucht und uns für diese wunderschöne Finca in den Bergen von Pupuyeng im Pramontana entschieden. Nirgendwo gibt es so viel Abgeschiedenheit wie auf so einer Finca, fernab vom Massentourismus und dem ganzen Trubel. Wenn ihr auch einen Ort sucht, wo ihr euch richtig gut entspannen könnt von eurem Stress zu Hause, dann versucht es doch auch mal mit einem Finca-Urlaub. Und sucht bei Finca Yorker. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß. Ciao.